Ach nö Geht mal weg Du wolltest doch gar nicht So komm weg mit dir So, letzt zu euch beiden noch Hau ihm, hau ihm was Jetzt habe ich wenigstens wieder ein bisschen Energie auch gleich So, Memory Deletion Hier muss ja irgendwo was sein Ich glaube ich muss aber erstmal unten da Was abholen Memory Deletion Was ist da Oder ist das nochmal irgendwas mit drin Ich weiß es nicht Ich will jetzt hier auch nichts vorweg nehmen Wir gehen nochmal nach unten Denn unten ist ja auch noch Ist ja auch noch eine Reminiscence gewesen Die jetzt weg ist Weil ich schon oben war wie ich glaube Von der ganzen Rennerei ist Lillian ganz fertig Hört ihr das? Das ist total Das ist total am Arsch Okay Gehen wir doch hier hinter Komm runter Komm runter Lillian Also halt Den muss ich drücken Upsi Mach dir nichts aus dem Schmerz Von nun an unterdrücken wir ihn Durch direkte Einwirkung auf die Memorial Wurzel Sehr beruhig Und uns beide Nicht wahr Das ist AAAAAAAA Alter Das ist Jetzt darf ich hier nachverfolgen Sie machen Gefangene zu Leepern Und dann Leeper zu Haustieren Darf ich hier echt zuschauen schauen, wie die hier Bad Requester fertig machen. Naja. Das stimmt schon, das ist ein richtig dreckiges Arschloch. Überall liegen die Toten rum oder die Leute, die so komplett keine Erinnerungen mehr haben. Uh, was ist das? Hey! Hey! Mehr Fokus! Hey, das ist hier total... Boah! Ne. Teilweise spinnt das ein bisschen rum, so von der Kamera her. Aber egal. Das ist eine absolut kranke Sau, ey. Pling! Stuhl! Pling! Pling! Ihm! Übertragung ist im Gang... Bitte gehen sie beiseite. Komm schon, Stuhl Wir haben eine Mission Gegen Doktor ist da Ich will beim Stuhl hinterher Weißt du was, du Arschloch So, zack, einmal überladen Ich hasse dich Das ist doch voll gut Jungs Das ist eine der Geistenfähigkeiten überhaupt Hüp So Noch jemand, der was aufs Maul will? Nein? Ok, dachte ich mir Ok, da drüben geht es weiter Hier noch was Da kann ich nichts absaugen Am Staubsauger hinten dran war einer Was ist das hier? Memory Storage Das Erinnerungslager Da gibt es doch was zum heilen, brauchen wir aber nicht Da wird Anstieg geschrubbt Das hört man richtig Hier schrubbt noch die Chefin persönlich Oh mein Gott So, da kann ich nirgendwo was absaugen Da kann ich wieder einen Stuhl aktivieren dann Testsubjekt wird katalogisiert Bitte Geduld Subjekt Nummer 84217 Bad Request Gedächtnisjäger Transfer genehmigt Wir sehen uns sehr bald Das könnte der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein Äh Muss ich da ernsthaft hier komplett einmal rumlaufen? Gott Ja jetzt stöhne hier nicht so rum als wärst du total fette Ich frag mich mal Baby Ich bin ja auch ein wenig Wie soll man das beschließen? Wir sehen uns sehr bald Das könnte der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein Ich glaube nicht An das Laborpersonal. Folgt nicht Dr. Quades irrer Vision. Du entscheidest hier gar nichts mehr. Sebastian, hör zu. Rückverwaltung ist eine Sackgasse. Das weiß ich nie. Den kaputten Gehirnen dieser Menschen eine Persönlichkeit einzinken, war nie eine echte Lösung. Wenn ich jetzt aufhöre, kehren Tausende von Leapers zum Ursprungszustand zurück. Rekonvertierung. Wir müssen das stoppen. Das werden wir. Keine Sorge. Für Bad Request. Ey, das kotzt mich immer noch an. Das macht mich voll aggressiv hier. Bad Request, man. Der Kerl, weißt du, der hat alles, der hat's auch nur gut gemeint. Ja gut, okay. Das ist die Sache. Viele meinen ja, dass sie es gut meinen und machen damit vielleicht auch böse. Das ist... Bad Request, den macht er nicht. Halt. Was war das? Das war einer von diesen unsichtbaren Typen. Subjekt Nummer 84178. Nillin, Erroristin. Transfer genehmigt. Gut, dass ich hier noch angemeldet bin, ne? Faden. Hallo? Ich hab das Gefühl, ich laufe hier gerade in der Falle. Dieser Gang. Die Faden. Hier war ich schon mal. Ganz am Anfang. Erinnerung. Erinnerung. in die Hölle. Wir wollten sie mich auseinandernehmen. Was ist das denn? Ja, das bin ich. Das war jetzt andersrum, genau. Und dann da vorne... Also... ...gemacht haben sie das echt supergeil. Also die Story wird super erzählt. Da kann man echt nichts sagen. Ich hab's nicht vergessen. Jetzt geht es darum, Dr. Quaid schnell zu stoppen. Hier ist doch irgendwas nicht... Also irgendwas passt da echt gar nicht. Mit diesem... ...Anschloch. Ich hab das Gefühl... ...da sind ein paar mehr drin... ...als nur mein lieber Doktor. Ähm... ...ok... ...in einem Raum... ...Dr. K., Edu Gaba, Barker und J. West. Ah, hier. Hallo, ich möchte hier bitte rein. Da drin gibt's was für mich. Okay, ich muss anscheinend erst mich hier mit den Jungs kloppen. Und dann vergesse ich sie wieder. Ah, Gedächtnisjägerin. Genau rechtzeitig. Bitte holt sie euch. Das ist ein Bad Request. Sebastian! Was war das? Was war das? Tarnung! Aktivieren! Einmal überlassen. Dankeschön. So, einmal den abschießen. Ihr könnt mir gar nichts... Gar nichts gönnt ihr mir. Uh. Nicht genug Strom. Au. Au. Höp. Das war aber ganz klar ein Liefer. Höp. So, komm her. Höp. Weg. Weg, Manni. Weg, Manni. Weg, Manni. Weg, Manni. Drauf, Manni. Genau, versuch mich fertig zu machen. Für dich, für dich lade ich mein Schleichen wieder auf. Arschloch gegen ihn. Zwei, vier, drei, so. Tarnung! Nur für dich. Nur für dich. Und einfach so. Ach nö, noch mehr von der Saute.